I don´t know Weiß ich auch nicht Okay, jetzt sagt mal an, wo ihr rausfallen Lass mal gucken, wo das Dünger ist Komm, wir gehen jetzt gleich dann raus Jetzt oder was? Wie das Ball springen geht Jetzt! Jawohl Darunter in dieses komische Labyrinth Das komische Labyrinth Ja, weißt du nicht, diese Strecke da, Rennstrecke Weiß ich nicht, was das ist Ah, das ist da, okay Das sind nämlich gleich ein paar Häuser, das sind bestimmt Waffen Na, ich sehe nur ein Haus Ah doch, da vorne sind ganz viele Ja, okay, ich bin gleich da Ja man, Sturmgewehr Der von's Der von's Der von's Der von's keine gefunden hier unten. Also ich habe schon zwei. Ja schon klar, weil ich habe drei. Okay. Ich habe keine. Ja, weil du halt die Urhebretten einfach kaputt schlägst, dann schau mal rein zu laufen und die zu erkunden. Ja, dann lass mir das da vorne. Taktische Schrotflinte, yes. Boah, wir sind halt direkt im Kreis. Ja, der Kreis macht ja noch nichts. Der Kreis macht ja noch nichts. Der Kreis zeigt nur an, wie weit jetzt der Radius kleiner wird als nächstes. Ja, okay. Dann gehen wir mal in dieses Retail Raw da. Ich habe es mal markiert. Also könnten bestimmt auch ein paar sein schon. Marvin, du hast noch keine Waffe, gell? Nee. Ja, warte, dann bleib mal kurz stehen. Ich gebe dir eine Waffe. Aber ich kann euch immerhin ein paar Sachen bauen. Ja, ja, ich gebe dir eine Waffe, aber ich habe drei. Das bringt mir nichts. Ja, okay. Aber Sniper one. Ja, da drin liegt auch eine Waffe, aber ich glaube, die nimmt er. Wo? Was? Achso, ja, ja. Ja, ja. Na, ich zerleg dann mal die Einrichtung. Da oben liegt auch noch eine Ding, eine Pump an. Brauch Stein. Ich absolviere schon mal, was es da vorne gibt. Uiuiuiui. Paul, ich glaube, der will schon gar nicht mitmachen. Wir sind ziemliche Fortnite-Nubes. Unsere Sessions dauern meistens so fünf Minuten. Ja, man. Noch ein besseres Sturmgewehr. Und immer noch zu diesem Retail, wie auch immer. Ich bin da schon. Hälfte der Spieler sind bald weg. Oder schießt jemand? Ja, das war ich. Ich wollte hier gucken, ob hier Wasser rauskommt. Okay, dann schauen wir mal. Boah, ich habe gerade 20 Steine gekriegt. So, jetzt habe ich auch noch eine... Okay, hier ist schon gelustet worden. Ich habe hier schon zwei Waffen gefunden, ja. Ich muss mir echt auch mal dran denken, um Waffen zu suchen. So, also ich bin voll, was Waffen angeht. Ich habe nur die, wo ich vorher wurde mir getroffen. Oh, hier ist was. Ja, man. Da drin ist eine Schatztruhe. Ja, man. Ich habe einen Schildtrank. Habe ich auch einbekommen. Gucken wir mal dieses alte verratzte Haus da unten an. Oh, Granate. Hier ist noch eine Pistole, falls du brauchst, Marin. Ja, ich nehme einfach mal mit. Ja, ich nehme einfach mal mit. Ja, ich nehme einfach mal mit. Metgeme. Okay. Ich hab auch ne Granate jetzt gefunden. Ich hab jetzt auch 5 Waffen. Das ist schon okay. Der Armbrust. Ja, ich sehe ja nix für mich. Nein! Ich hab aus der See mein Schild drin genutzt. Ich hab den auch einfach benutzt. Was trinkt du dir sonst? Achso, ich hab gedacht, da geht der Zeit dann weg. Ne. Also ich hab den vorher komplett getrunken und hab immer noch mein Schild. Ich glaub, der ist sogar so gedacht, dass du den benutzt. Wahrscheinlich. Oh, hier. Hier waren schon mal die Gegner. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich höre hier Schüsse. Oh, ja. Ich bin gleich da. Ich bin gleich hinter dir. Ich sehe keine Gegner, also keine Angst. Aber ich höre halt nur Schüsse. Aber hier haben sie schon ordentlich gebaut, die Leute. Oh, ja. Schall gedämpftes Gewehr. Braucht noch jemand ne Waffe? Ich hab hier noch eine liegen. Ne, ich hab jetzt genug. Ich bin auch komplett voll. Ja, ich hab ja auch grad Schüsse gehört. Ein Scharfschützengewehr war halt echt geil. Ja, die sind da oben, da oben. Weiß du was? Die bauen da zumindest. Wo? Naja, da sieht man's. Sollen wir mal gucken, ob wir uns da irgendwie auslösen können? Komm, lass die doch einfach holen. Ich weiß zwar nicht wo, aber... Oh, auf mich wurde schon geschossen. Von wo kommen die Schüsse, Alter? Da ist eine kleine Runde gesprungen gerade. Hab kurz gesehen. Ja, von uns vor uns, oder wie? Ja, ja. Da bei diesen... Steingebilden halt. Stark. Ich versuch mich mal irgendwie außenrum, um den Berg zu schleichen. Oh, da baut jemand was? Wo an dem Berg, oder wo? Ja, rechts neben dem Berg. Oh, fuck. Ich kann's nicht aufnehmen. Da oben sind welche, da oben. Ah, ja. Ich seh sie. Direkt an den Häusern. Ja man, ich hab ihn eliminiert. Ja man, ich hab ihn eliminiert. Neee. Ja nett, dass die das für uns da gelassen haben. Ah. Irgendwo kommen Schüsse. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Nein! Oh shit. Ich hab ihn mit. Fuck. Drei Stück unten. Marvin, ich komm überhaupt nicht zu dir. Nein! Shit! Ich hatte so viel Leben. Scheiße! Ich hatte nen legendären Saufkrug. Ja, aber unser Typ lebte noch. Das ist unser Typ, wenn wir den einen down hatten. Ja. Naja. Jede über Loot hier gefreut und voll vergessen, dass da in der Umgebung, da muss ja jemand gewesen sein, weißt? Wenn ich allein unterwegs war. Naja. Von uns ist keine mehr im Leben, oder? Von uns drei nicht, ja. Von uns drei nicht, ja. Alter.